Heute am 20. Dezember hinter eurem digitalen Adventstürchen steckt wieder ein Teil des Gedichtes von Karl-Heinz Fricke. Und das Handwerk hat ja nicht nur was mit Holz oder Metall zu tun, sondern auch das Backhandwerk gehört genauso dazu wie andere Sachen. Und davon handelt dieses kleine Gedicht. Er steht auf in finsterer Nacht, weil er uns frische Brötchen macht. Der Lehrling fuhr sie einst mal aus und brachte sie in Kundschaftshaus.